Ein Renault Captur mit Tageszulassung steht hier zum Verkauf. Der blaue SUV ist fünftürig und bietet Platz für 5 Personen. Der SUV bietet zahlreiche Ausstattungsdetails wie Sitzheizung, Alufelden, Airbag, ESP, Beifahrer-Airbag und noch vieles mehr. Das 5-Gang-Schaltgetriebe überträgt eine Leistung von 90 PS. Der angegebene Verbrauch des Benziners liegt bei 5,4 Litern pro 100 Kilometern. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gerne Ihre Fragen.